Mahlzeit Österreich! Ich begrüße Sie wieder recht herzlich zu Mahlzeit Österreich des Stars live heute in einem ganz großen Interview. Herr Kickinger, ich grüße Sie recht herzlich. Sie sind Bodybuilder sowie Filmschauspieler und Filmproduzent. Aber was macht Ihnen am meisten Spaß? Was mir am meisten Spaß macht, ist alles, was mir Spaß macht. Also wie gesagt, ich bin Bodybuilder, früher habe ich Wettkämpfe im Bodybuilding gemacht. Das war natürlich, ich finde alles, was ich tue, macht einen gewissen Spaß, sonst würde man es gar nicht tun. Also Bodybuilding mache ich noch immer, nur keine Wettkämpfe. Also die Wettkämpfe sind vorbei, aber jetzt geht es mehr um Fitness und Wellness. Jetzt geht es dazu, dass man eben so gesund als möglich sein Leben verbringt. Und jetzt geht es auch nicht mehr um mich selbst, wie im Bodybuilding, sondern jetzt versucht man auch seine Erfahrung zu den Menschen irgendwie zurückzugeben. Weil wenn man Bodybuilder ist, da kann man wirklich nicht sehr viel herumtun. Also wie gesagt, da geht es, da musst du so viele Sachen selbst machen. Aber da kommt einmal eine Zeit, wo die Wettkämpfe nicht mehr so wichtig sind. Darum ist es, glaube ich, wichtig, dass man die Leute ein bisschen irgendwie einschult und irgendwie motiviert. Und diese Gesundheit und Wellness, dass man das denen irgendwie nahebringt und wirklich irgendwie zeigt, dass es eigentlich wirklich was ganz Tolles ist. Sie spielten 2009 Arnold Schwarzenegger. Was war das, ein Gefühl für Sie? Boah, das war unbeschreibbar, weil der Arnold war an und für sich einer der Hauptgründe, warum ich nach Amerika ausgewandert bin vor ungefähr 25 Jahren. Also wir haben gespielt, ich habe die Schrolle angeboten bekommen und ich habe gedacht, na wow, da muss ich jetzt wirklich große Schuhe füllen. Aber ich habe dann, ich kann mich erinnern, ich habe dieses Skript dann in Arnold gezeigt, weil ich wollte unbedingt haben, dass er seine eigene Lebensbiografie selbst liest, weil das war für mich wichtig, weil ich möchte nicht irgendwas spielen, was ihm nicht so taugt. Und somit wollte ich ihm das Skript zeigen und er hat gesagt, dass alles passt, hat viel Spaß. Und was ist Ihr Lieblingsgericht? In Wien? Also in Österreich. In Österreich, ja? Ich nehme ein Schweinsbraten mit Knödel. Naja, ich habe gerne süße Sachen. Okay. Ich habe gerne Palatschinken, Topfen, Palatschinken, Topfen, Schnitten mit Vanillesauce. Ich habe gerne Süßes. Süßes ist für mich riesig. Natürlich, das Eis ist auch super, das ei, cremige Eis. Aber ich glaube, ein Topfen Roulade, ein Topfen Strudel. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für das Interview. Und Sie schalten auch morgen wieder ein, wenn es wieder heißt, Mahlzeit. Österreich. Mahlzeit Österreich. Dankeschön.